... die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners. Kapitulieren! Niemals! Was ist denn Pöhrt? Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Das ist unumstößlich! Wir werden durchhalten, wir werden nicht kapitulieren! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kommt ab und ein Mädchen kommt rum. Wenn Blacky comes down. I love poor old man. Nein, es tut es, wenn es mir doch mal verknügt ist. Nein, es tut es, wenn es mir doch mal verknügt ist. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Ich will an, wie ich verspielen! Ich will nicht warten, ich will jetzt auf den Nählen bin!